yo leute was geht herzlich willkommen zu einem neuen video und ja in dem heutigen video möchte euch mal zeigen wie ihr euch solo verglitschen könnt das ist auch meiner meinung nach die einfachste methode wie man sich derzeit für den gift cast of friends verglitschen kann dafür brauchte einfach nur ein lagerhaus und in dem lagerhaus sollte ein spezialfahrzeug drin stehen was für ein fahrzeug ist voll völlig egal ich mache das alles mit meinem rocket voltick steigt einfach in euer spezialfahrzeug ein und fahrt mal aus der garage raus so draußen angekommen dann fahrt einfach noch mal zur garage nun müsst ihr ein paar haftbomben platzieren so zwei drei stück werden auf jeden fall reichen wenn ihr das gemacht habt einfach noch mal ein stück zurück und nun fahrt ihr vor der garage und müsst dann die haftbomben einmal zünden so dass euer auto explodiert so wie es bei mir der fall ist auf jeden fall perfekt ja wenn ihr das gemacht habt dann klaut euch jetzt einfach ein straßenfahrzeug so wenn ihr euch dann ein straßenfahrzeug geschnappt habt dann fahrt einfach zum nullpunkt so seid ihr beim nullpunkt angekommen dann fordert einfach eure moC einfach an euer kumpel der euch das auto geben wird soll dann am besten schon mit dem spende auto dann schon dastehen so ist eure moC dann da müsst ihr einfach nur noch ein persönliches fahrzeug anfordern was ihr nicht benötigt ja ansonsten wenn ihr kein fahrzeug habt was ihr wegschmeißen können dann holt euch einfach ein allergy so sitzt dann euer freund bei euch im auto mit drin dann sollte euer freund dann jetzt einmal in die franklin meldung gehen wenn er dann drin ist dann fahrt einfach zu eurer moC hin drückt dann steuerkreuz nach rechts und wartet dann bis euer freund ausgestiegen ist so wenn dann euer freund ausgestiegen ist fahrt ihr einfach nur noch ein paar meter nach hinten mit dem auto so dass der blaue kreis dann erscheint wenn ihr ausgesteigt dann geht ihr einmal ganz kurz in die franklin meldung rein lehnt diese meldungen ab dann lauft ihr einfach zur moC hin lauf zu dem blauen kreis alleine eintreten nun werdet ihr einen unendlichen black screen bekommen jetzt müsst ihr noch einmal in die franklin meldung reingehen und diese meldung wieder verlassen und ja nun seid ihr unsichtbar und könnt dann in das auto einsteigen was sie haben möchtet ja und das war es schon leute auf jeden fall ja wenn ihr euch an verglichen wollt dann müsst ihr einfach nur noch ins casino fahren in die penthouse garage und dann seid ihr entglitscht und ja das war's auf jeden fall schon mit dem video leute ich hoffe es hat euch gefallen wenn es denn so sein sollte wird es mich auf jeden fall freuen wenn ihr mir noch ein abo und ein like da lassen würdet und ja dann bis zum nächsten mal ciao ciao